hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin wieder auf direkt am ticket und heute habe ich das spiel one punch man road to hero 2.0 heroes road to hero nein egal ich habe es gerade schon heruntergeladen ich habe das spiel soweit ich weiß noch nicht gespielt also nicht dass ich wüsste wo können wir von den trennen aussuchen geschichte sieht genauso aus wie sagen wir schnell planche okay okay ja stufe 2 da oben aufträge schreck ich mache mir voll blöd so Ja. Ja! 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 Hopp! Ja! Ja! So, dann schauen wir mal bei Aufträgen. Eine Aktion. Ok. Figuren. Bei der geht noch was. Staffel 3. 5. Der ist auf Stufe 3. 4, 5. Mr. Wright. Wright Rider. Moomin Rider. Galerie. Oh, da kann man sich die Geschichte anschauen von denen. Oder? Infos? Ah, ne. Wie sieht man hier die ganzen Helden? Helden? Und Feinde? Bei dem One Punch Man kann man nicht haben. Wäre ja auch ein bisschen unfair. Sobald der einschlägt, sterben die ja. Sobald der einschlägt, sterben die ja. Woops! Na, oder? Was ist das, was Sie? Im Moment? Wir haben einen neuen. Ausrüsten und auf Level 5. Oh, schütt, einmal so viel gedrückt. Dann machen wir alle auf 10. Galerie, da ist er. Eine Aktion. Wir können heute probieren, mal wieder die ganzen Tagesquiste abzuschließen. Verstärke einmal eine Ausrüstung. Verstärken. Ah, ich kann die nicht verstärken. Ich denke mal, weil das graue Gegenstände sind. So viel. Okay. Ah, ich habe den Eim vergessen. Ah, zurück. Oh, da ist der Dorn. Und der zweite Dorn. Ah. Ich habe verloren. Nein, ich probiere es nochmal. Aber mit allen. Ich habe gerade nur vergessen, den dazu zu füge. Ich habe den auch nach hinten. So. die da an. Wenn ich mich wollte. Oh. Die Schwierigkeiten haben. Ich bin der größte Mann in der Welt. Gut. Aufträge. Ah, geht das nicht später, wenn ich 1 Strich 9 geschafft habe. Wir sind bei 1 Strich 7. Ja, geht das nicht später. 4 wir ziehen müssen das heißt ein Charakter wieder auf Level 20 machen Nehmen wir den hier hat sogar 30 Münzen bei Diamanten wie heißen die denn? Kampfkraftkristalle ja 1 Strich 8 1 Strich 8 1 Strich 8 2 Strich 12 kann ich die Leute schneller kämpfen lassen 1 2 1 1 2 2 3 3 1-9, ja, den muss man besiegen. Na mal so. Dann mal schauen ob ich das schaffe. Dann mal schauen ob ich das. Nein. Nein! Bitte sterb nicht! Ach, der Bruder! Wo ist Sonic? Gibt es Sonic eigentlich? Der Bruder! Der Bruder! Der Bruder! Der Bruder! Ja... ... Figuren, erstmal Dinge schön aufleveln. Gibt es hier Sonic, 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 wie ist denn der nochmal richtig, was mit Sonic war das? Ah hier, da ist er, Speed & Sound Sonic, den kann ich mich auch noch ändern, gut, dann machen wir mal die Quest weiter hier, wir haben keine Zeit zu verlieren, unser Ziel ist es die 100 zu erreichen, verstärke einmal eine Ausrüstung, geht noch nicht, verstärke fünfmal Freundschaft, äh verschenke fünfmal Freundschaftspunkte, geht noch nicht, habe keine Freunde, führe einmal sofort Patreon durch, das ist das hier, nehm einmal Mission an, geht deshalb 3.12, oh nein, ich schaffen wir heute doch noch nicht. Die Pad, noch einmal, eine habe ich noch. Sie folgt, ach das war der, die Bösen war das. Okay. Die sind gut gegen diese, diese sind gut gegen diese, die sind gut gegen diese, ah nee, warte, da sind die hier. Gut, gegen den, und der dann wieder gegen den, und der ist ganz alleine für sich. Da brauche ich so einen Lila. Da brauche ich so einen Lila. Da brauche ich so einen Lila. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Und wenn es Garten soll, hier ist aber schon Meteoriniz. und ich mag es gut kommen, bäuchig das für euch dafür. Ja nicht. Das war's 5.15. Immer so dran. Es ist alles gut. drawing. Wie. Du bist. Ich wünsche mir, dass dein Sei früher ganz wahnsinn. Was ist das? Oh, wenn ich ziehe, dass Richtig aus. Achso. Den darf ich schon mal nicht nehmen. Ich könnte den nehmen. Richtig aus. Das ist ja doof. Die drei darf ich doch gar nicht nehmen wegen den hier. Aber ich muss einen nehmen. Nehmen wir den. Den kenne ich nicht. Oder? Nein. Nein. Man darfst du. Oh oh. Verloben. Verloben. Richtig nach vorne stellen. Und. Den nach hinten. und Hm. Keine Ahnung. Dann gehe ich da mal raus aus dem Training. Oh, wenn ich so schnell bewege, kommt da Fehler. Grafikfehler. Auf Träger. Figuren. Ausrüstung. Auf Level 20 hoch. Zu schnell. Ich glaube, das kann ich aufwerten. Blaue Gegenstände. Wow. Das kann auch nicht sein. Okay. Was ist mit den beiden hier los? Ausrüstung. Ah. Stadt. Einkaufszentral. Center. Shit. In der Welt. Das kann auch nicht. Das kann auch nicht. Das kann auch nicht. passen. Ah. Das kann auch nicht sein. hier um meine daten geändert kaufen 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 muss ich was einkaufen geh mal wieder zum storyboard zurück tägliche quest, oh es sind gar nicht mehr so viel ich nehme einmal ein gelden mission teil ab 2020 kann ich das gelden machen kämpfe einmal den extremen test ab 2012 kämpfe einmal beim turnier ab 3,4 ab 3,12 alle in zufügen, alle in zufügen, alle in zufügen, alle in zufügen, alle in zufügen alles meine freunde ich bin auf S196 alles neue spieler nicht alles ok das reicht glaube ich erstmal jawohl ich habe einen freund zack noch vier stück dann müssen wir ganz schnell hier durch kämpfen ach so geht es schneller das ist meine nahkämpfer so ein Mist dann würde ich noch noch aber den ne den wollte ich ja drin lassen, aber den kenne ich nicht und dann lass ich den drin wo ist das stufe 21 hm egal oh oh nein so was so also nur Ah, das hab ich verloren. Also die beiden grünen Dinger da weg. Die normalen Kämpfer. Nochmal auf Kämpfen gehen. Eile runter, die beim Anfang nicht verachtet sind. So. 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 Oh oh Ok das könnte ich schaffen Das könnte ich schaffen Jawohl Ganz knapp aber geschafft Guti Dann Oh ich muss bis 12 kommen ja Und meine Figuren sind so schwach Was mache ich dann Ach ne 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 Was ist ein Einkaufser Achso das war Das Ist noch gesperrt Ist noch gesperrt Gilde Ab 2020 ist gesperrt Ist gesperrt Anwerpen Das bringt mir nix wenn ich jetzt neue Figuren habe Obwohl vielleicht kommt ein Epic dazu Weil den muss ich erstmal so hoch leveln Das sind 2500 jemanden weg Ah Mach ich das Wofür sind die sonst noch da Ok Für den Markt ist es noch Aber einen blauen Gegenstand brauche ich sowieso Oder Und das kann ich nicht holen Dafür habe ich kein Geld Ah Da steht Welche Figuren das braucht Die habe ich sogar Ok Die habe ich auch Allerdings noch grün Also nicht Oh ja Was ist das Tickets Ah Hier kann ich Figuren kaufen Aber ich habe noch keine Münze Oh ok Ich muss wissen Und dann kriegt das Nummernschild Und das kann ich einmal verstärken Mit dem hier Und der kriegt einmal Das kann ich das Verstärken Das kann ich verstärken Nein Das kann ich verstärken 2,20, 2,12 ein Freund und dann noch die sind Level 13 ich bin viel höher im Level, aber irgendwie ich weiß nicht, irgendwie komme ich da nicht vorrangig 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ne das wird nichts 1,2 2,3 1,2 Hab ich ja doch noch geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Wo sind wir jetzt? Hey, 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 hey. Für alle. Das erstmal. Das ist Kämpfen, Epischkampf, das ist was anderes. Was ist das? Okay. Okay. Ich zieh. Ganz leicht. Oh, er ist tot. Hm, hm, hm. Okay. 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 Sweet. Okay. 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 Ich brauche keinen zum heilen. Ich habe doch volles Leben. Was ich bräuchte, ist vielleicht ein Ersatzkämpfer, der einspringt, wenn einer gestorben ist. Okay. 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 Okay, okay. Schürr So So. Beide noch einander. Schreck. Das war's. Epischer Kampf, jawohl. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist. Das war's. 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 Und das war's. 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 Okay. Okay. Das war's. Okay. Okay. Das war's. Faust. Und da kommt. Okay. Das war's. Das war's. Yeah. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Oh. Das war's. Oh. Das war's. Okay. Okay. Das war's. Okay. 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 Das war's. 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 Das war's.